Hallo Mannheim, mein Name ist Jeremy Rodney und ich bin hier in der Mannheimer Abendakademie der Fachbereichsleiter für den Bereich Gesundheit. Seit dem 15.06. haben wir wieder offen und müssen uns wie viele andere Einrichtungen an verschiedene Richtlinien halten. Eine davon schränkt die maximale Teilnehmerzahl in unseren Räumen ein. Um möglichst vielen Menschen eine Teilnahme zu ermöglichen, wurden die Kurse so eingerichtet, dass ab einer gewissen Zahl an Teilnehmern der Kurs aufgeteilt wird. Die eine Hälfte kommt hierher und kann vor Ort am Kurs teilnehmen, die andere Hälfte kann von zu Hause online mitmachen. Die beiden Gruppen wechseln sich im wöchentlichen Rhythmus ab. Wir freuen uns, euch hier wieder begrüßen zu dürfen. Kurse könnt ihr unter www.abendakademie-mannheim.de buchen.